Musik Schwerbehindert nach der Geburt, schicksalhafte Fügung oder Fehler im Spital? Musik Schönen guten Abend bei Bürgeranwalt. Musik Zum nächsten Fall. Da geht es um ein Elternpaar in Vorarlberg, das sich seit der Geburt seines Sohnes die Frage stellt, ist das Spital daran schuld, dass das Kind schwerbehindert geboren worden ist? Der kleine Vincent hat während der Geburt an Sauerstoffmangel gelitten. Und bleibende Hirnschäden sind jetzt die Folge. Die Eltern glauben, dass es während des Geburtsvorganges eindeutige Anzeichen dafür gegeben hat, dass etwas nicht stimmt. Das behandelnde Team im Spital hätte aber darauf nicht reagiert. Sabine Zink berichtet. Angelika Schatzmann und ihr Sohn Vincent. Nach dem Aufstehen bekommt Vincent einen Vitaminsaft, den ihm seine Mutter mit der Spritze einträufelt. Denn das Trinken aus dem Becher fällt dem Dreijährigen vor allem in der Früh noch schwer. Vincent erlitt einen Sauerstoffmangel und dadurch schwere Hirnschädigungen bei seiner Geburt. Mit den Folgen kämpfen der Kleine und seine Eltern tagtäglich. Er hat eine armbetonte Tetraspastik. Also die Hände kann er noch nicht gebrauchen. Jetzt ist es einfach so, dass er visuell so weit ist mit viel Training, dass er die Spielzeuge erkennen kann und auch aktiv übt, danach zu greifen. Aber Spastik bedingt natürlich für ihn sehr schwierig. Auch das Hören trainiert Vincent täglich. Ein Klangkissen überträgt Musik von Mozart. Vincent hört genau hin. Vincents Eltern sind überzeugt. Ihr Kind hätte nach der komplikationslosen Schwangerschaft gesund zur Welt kommen können. Hätte man im Krankenhaus bei Vincents Geburt nicht schwere Fehler gemacht. Ich sage, Sie haben das Risiko nicht erkannt. Blicken wir zurück auf den 8. Dezember 2016. Der Tag, an dem Vincent geboren wurde. In der Nacht kommt Angelika Schatzmann nach einem vorzeitigen Blasensprung ins Landeskrankenhaus Feldkirch. Alles läuft normal. Nur man empfiehlt ihr wegen eines leicht erhöhten Entzündungswertes mehrfach prophylaktisch Antibiotika. Frau Schatzmann, die selbstdiplomierte Kinderkrankenschwester ist, möchte damit noch warten und lieber engmaschig kontrolliert werden. Am Nachmittag war es dann so, dass die Temperatur auf 37,1 Grad hochging. Das war für mich dann der Punkt, okay, wir sind noch subfibril, aber ich bin noch 37,1. Dann starten wir das Antibiotika, dass sich da nichts entwickeln kann. Angelika Schatzmann wird immer wieder an das Cardiotokogramm, kurz CTG, also den Wehenschreiber, angeschlossen. Dieses Überwachungsinstrument zeichnet gleichzeitig die Herzschlagfrequenz des ungeborenen Kindes und die Wehentätigkeit der Mutter auf. Zunächst sind die Werte noch unauffällig. Die Geburt zieht sich über Stunden. Ich habe mich komplett auf die Ärzte verlassen, indem sie ständig eigentlich die Wehenschreiber in Beobachtung hatten. Ich bin ja nicht nach Hause gegangen, ich bin ja nicht einen Kaffee trinken gegangen und habe gesagt, ich komme dann wieder. Ich war unter Aufsicht einer Ärztin, unter Aufsicht einer Hebamme. Der Wehenschreiber, ich war ab dem Abend um 19 Uhr, wo die heiße Phase dann begonnen hat, nur noch im Kreißsaal. Da habe ich mich darauf verlassen, wenn eine Gefahr besteht, dass das Ganze abgebrochen wird. Und ein Kaiserschnitt durchgeführt wird. Und ein Kaiserschnitt durchgeführt wird. Solange kein Kaiserschnitt, keine Gefahr besteht, ist es für jede Frau, die mehrere Stunden mit Wehen verbracht hat, ganz klar, dass sie das zu Ende bringen will. Die Aufzeichnungen des CTG, also des Wehenschreibers, werden in diesem Fall zu einem Dreh- und Angelpunkt. Sie werden später Gutachter beschäftigen und zu unterschiedlichen Interpretationen, Beurteilungen und Schlüssen führen. Eine der Kernfragen lautet, hat das medizinische Team am Landeskrankenhaus Feldkirch die Aufzeichnungen des CTG, vor allem ab dem Nachmittag, richtig beurteilt und interpretiert? Und waren die Reaktionen auf die Werte adäquat bzw. fachgerecht? Was auffällig war, am Nachmittag hat man schon die ersten CTGs gemacht, wo das Kind nicht mehr weckbar war. Da habe ich dann einen Zitronentupfer bekommen, die haben sich dann gewundert, ja, ist nicht weckbar. Aber wird schon passen. CTG ist soweit mal in Ordnung, gehen Sie wieder spazieren, wir kontrollieren dann wieder. Weiß ich nicht mehr in einer Stunde, in zwei Stunden. Werfen wir einen Blick auf das Geburtsverlaufsprotokoll. Um 19.43 Uhr finden wir das erste Mal den Vermerk CTG-Suspekt, Info-Oberarzt bezüglich Suspekt des CTG. Trotz Wegversuchen, CTG weiterhin eingeengt. Oberärztin bezüglich CTG informiert, sie ist beschäftigt, kommt danach. Angelika Schatzmann und ihr Mann erinnern sich. Ich habe gesagt, ich habe jetzt starke Wehen nach der PDA, ich spüre, dass jetzt kommt wieder eine Wehe und der CTG-Schreiber hat nichts aufgeschrieben. Die Hebamme sagt, ja, da sieht man aber nichts auf dem CTG und ich sage, aber es war eine starke Wehe. Und so hat sich das dann hingezogen, es war immer wieder, jetzt kommt wieder eine Wehe und der Wehenschreiber, ja, aber der sagt ja nichts. Sag ich, ja, aber da kann irgendwas nicht stimmen. Ich kann dem Wehenschreiber nicht, ich kenne mich ja nicht aus, nur dachte ich mir, ja, komisch, meine Frau kennt sich ein wenig aus. Sie beschwert sich, dass sie, oder merkt dann besser gesagt, dass ein Wehenschreiber trotz starkem Wehen nichts ersichtlich ist und dass das Personal des Krankenhauses so entspannt blieb. Im Geburtsverlaufsprotokoll heißt es weiter. 21.12 Uhr, CTG eingeengt. Doktor ist im Kreißsaalzimmer und ist über das suspekte CTG informiert. 21.45 Uhr, CTG-Suspekt. Info an Doktor über den nur dürftigen Geburtsfortschritt. 21.57 Uhr, CTG-Suspekt. Doktor ist anwesend und schaut sich das CTG an. Ich für meinen Teil habe mich noch gewundert. Ich als Kinderkrankenschwester dachte mir noch, komisch, warum nehmen die keine Mikroblutanalyse ab? Aber habe mich selber beruhigt, okay, in dem Fall wird es einfach kein Risiko geben. Um 22.44 Uhr fällt schließlich der Entschluss zum Kaiserschnitt. Um 23.30 Uhr bringt Angelika Schatzmann mehr als 20 Stunden nach Aufnahme im Krankenhaus Sohn Vincent zur Welt. Die Geburt war schwer traumatisch. Da ist das Kind rausgekommen und ich habe immer gehört, wie soll ich sagen, ich war ständig, wann höre ich es endlich, wann höre ich ihn? Ich höre nichts. Und dann irgendwann zum Stefan, Stefan, ich höre nichts, was ist denn? Wir wussten nicht, was mit Vincent los ist, weil es gab kein Babygeschrei. Und dann im Hintergrund hörte man ein paar Aktionen von den Ärzten und meine Frau fragte, was ist los, ich höre mein Kind nicht. Und dann gingen es 90 bis 120 Minuten, bis wir dann aufgeklärt wurden, sagen wir mal teilweise aufgeklärt wurden, was der Fall ist. Vincent muss reanimiert und auf die Intensivstation gebracht werden. Relativ bald ist klar, dass wegen eines Sauerstoffmangels Gehirnschäden zurückbleiben werden. Vincent heute. Derzeit wird dem Dreijährigen ein Behindertengrad von 100 Prozent attestiert. Seine Eltern versuchen, ihn bestmöglich zu fördern. Jeden Tag trainiert seine Mutter mit ihm die Muskeln, die Sinne. Erst rund zwei Jahre nach Vincents Geburt waren Angelika und Stefan Schatzmann in der Lage, auf rechtlichem Weg Antworten auf jene Fragen zu suchen, die sie nach Vincents Geburt beschäftigten. Ich habe mir das Geburtsprotokoll durchgelesen und wundere mich, wenn es zum Ausdruck bringt, dass der Wehenschreiber Suspekt ist und das nicht eine Minute vor dem Kaiserschnitt, sondern Stunden vor dem Kaiserschnitt und auf dieses Suspekt der ZDG nicht entsprechend reagiert wird. Ab 19 Uhr kann ich sagen, wurde für mich ein schwerer Befunderhebungsfehler durchgeführt. Das Paar wandte sich an den Vorarlberger Patientenanwalt. Dieser gab ein gynäkologisch-fachärztliches Sachverständigengutachten und später noch ein Ergänzungsgutachten in Auftrag. Das Ergebnis, das Spital hat keinen Fehler gemacht. Das CTG sei zwar zwischenzeitlich suspekt gewesen, aber, Zitat, Das CTG war zu keinem Zeitpunkt pathologisch. Es war nicht erforderlich, hier weiterführende Diagnostik oder invasive Maßnahmen zu treffen. Eine verspätete Sektio, also Kaiserschnitt, ist nicht erfolgt. Somit ist festzustellen, dass der schlechte Zustand des Kindes nicht zu antizipieren war und damit auch die Ursachenklärung unzufriedenstellend bleibt. Da der Gutachter keinen Behandlungsfehler festgestellt hat, war auch die außergerichtliche Bereinigung über die Patientenanwaltschaft abgeschlossen. Vinzenz' Eltern wollten aber nicht aufgeben und ließen dann noch zwei fachärztliche Sachverständigengutachten in Deutschland erstellen. Diese kommen zum Ergebnis, das Spital hat Fehler gemacht. Das CTG sei ab 17.19 Uhr eindeutig pathologisch gewesen. Zitate Die Zunahme der CTG-Pathologie während des stationären Aufenthaltes ist unübersehbar. Ab 20.17 Uhr waren die Kriterien zur obligaten weiteren Abklärung durch Mikroblutuntersuchung oder direkter Entschluss zur Sektio, also zum Kaiserschnitt, sicher erfüllt. Dies nicht getan zu haben, stellt einen Fehler dar, der schlechterdings nicht unterlaufen darf. Der zweite deutsche Gutachter schreibt unter anderem, Zitat Im vorliegenden Fall kann nach Überzeugung des Unterzeichners kein Zweifel daran bestehen, dass der Hirnschaden bei dem Kind Vinzenz' Schatzmann subpartu, also während der Geburt, entstanden ist und dass es für die Entwicklung eines solchen Schadensmusters bereits Anzeichen im Kardiotokogramm gegeben hat. Ein frühzeitigeres Handeln hätte mit überwiegender Wahrscheinlichkeit dazu geführt, dass das Kind gesund oder mit allenfalls leichten Schäden geboren worden wäre. Der Rechtsanwalt von Familie Schatzmann hat im November Klage gegen das Landeskrankenhaus Feldkirch eingebracht. Dort weist man die Vorwürfe der Eltern, es seien medizinische Fehler gemacht worden, zurück und verweist auf das Gutachten der Patientenanwaltschaft. Vincents Eltern wollen vor allem eine finanzielle Absicherung für ihr Kind, damit sie sich die teuren Behandlungs- und Therapiekosten auch in Zukunft leisten können. Sie sind überzeugt und hoffen, dass sie damit für ihren Sohn noch vieles erreichen können. Und der dreijährige Vincent übt fleißig, auf eigenen Beinen zu stehen. Bravo, Vincent! Super! Was hier passiert ist, wollen wir öffentlich diskutieren. Und dazu begrüße ich an meiner linken Seite den Rechtsanwalt der Familie Schatzmann, Dr. Hansjagvogel. Grüß Gott! Aus dem Landesstudio in Vorarlberg ist uns die Frau Angelika Schatzmann zugeschaltet. Schönen guten Abend! Grüß Gott! Und im Studio begrüßen wir auch als gewissermaßen unabhängigen Experten den Gynäkologen, Universitätsprofessor Dr. Peter Husslein, Leiter der Universitätsklinik für Frauenheilkunde am AKH in Wien und gerichtlich beeideter Sachverständiger. Schönen guten Abend und danke fürs Kommen! Sie sind in diesem Fall nicht involviert, haben sich die Sache aber angeschaut und können mit uns dann analysieren, was passiert ist. Und neben dem Professor Husslein steht meine Kollegin Sabine Zink mit diversen Stellungnahmen, unter anderem vom LKH Feldkirch. Was schreibt uns das Landeskrankenhaus? Das Landeskrankenhaus Feldkirch schreibt uns, dass man das Schicksal von Vincent zutiefst bedauere und auch den Schmerz der Eltern in dieser schwierigen Situation verstehe. Aber, und ich zitiere jetzt auszugsweise, der von Ihnen beschriebene Fall ist von der Patientenanwaltschaft Vorarlberg geprüft worden. Der Patientenanwalt hatte diesbezüglich auch ein Gutachten bei einem unabhängigen, gerichtlich beeideten Sachverständigen in Auftrag gegeben. Dieses Gutachten hat ergeben, dass die Vorgehensweise im Krankenhaus bei der Geburt medizinisch korrekt war. Zusammengefasst stellt sich für uns, also für das Landeskrankenhaus Feldkirch, die aktuelle Faktenlage so dar, dass Mutter und Kind während des Geburtsprozesses medizinisch richtig betreut worden waren. Und da es sich um ein gerichtsanhängiges Verfahren handelt, wollte man dazu keine weitere Stellungnahme abgeben. Herr Dr. Vogel, jetzt haben wir einen Beitrag gesehen, das war das eine Gutachten des österreichischen Gutachters und dann hat es ja noch zwei deutsche Gutachten gegeben. Waren das renommierte Fachleute, die da begutachtet haben? Ja, die beiden deutschen Gutachter, das waren selbstverständlich, renommierte Sachverständiger. Einer kommt aus Dortmund, ist dort Vorstand der Klinik und einer aus Worms ist dort auch Vorstand der Klinik. Und die haben in einer für deutsche Verhältnisse sehr klaren Art und Weise dargelegt, was im Krankenhaus falsch gemacht wurde, was unterlassen wurde. Herr Professor Huslein, drei Gutachten, in welche Richtung tendieren Sie? Da tendiere ich nicht, sondern ich identifiziere mich voll inhaltlich mit diesen zwei sehr ausgefeilten und sachlich gut begründeten Gutachten aus Deutschland. Und das Gutachten des österreichischen Sachverständigen macht mich einigermaßen ratlos, weil ich den Gutachter persönlich auch schätze und ich mir nicht wirklich erklären kann, wie er zu diesen vollkommen unhaltbaren Feststellungen kommt. Das heißt Behandlungsfehler? Es sind meiner Ansicht nach zwei Fehler gemacht worden. Zunächst einmal ein Beratungsfehler. Man hätte gleich bei der Aufnahme der Frau Schatzmann sagen müssen, dass hier eine Behandlungsalternative vorliegt und dass die Aussicht für eine einfache vaginale Geburt, weil das muss ja das Ziel sein, nicht gut ist. Sie hat einen Kaiserschnitt vor nicht allzu langer Zeit davor gehabt, hat einen Blasensprung nach dem Termin mit einem eher großen Kind und mit einer sehr ungünstigen Ausgangssituation für die vaginale Geburt, nämlich eine geschlossene Zervix, also den unteren Teil der Gebärmutter. Das sind Zeichen, dass das eher Probleme machen wird. Aber man kann einen vaginalen Geburtsversuch eingehen und wenn man sich die Dokumentation durchliest, hat man das Gefühl, dass die Frau Schatzmann eher diesem vaginalen Geburtsversuch zugestimmt hätte. Unterbrechen wir vielleicht kurz an dieser Stelle. Frau Schatzmann, haben Sie auf so eine quasi natürliche Geburt gedrängt? Nein, ich habe gesagt, ich will eine natürliche Geburt, solange kein Risiko besteht. Wenn irgendeine Art von Risiko bestanden hätte, dann hätte ich natürlich einen Kaiserschnitt gemacht. Keine Mutter würde ihr Kind in Gefahr bringen. Herr Dr. Husslein, Sie haben gesagt, Aufklärungsproblematik und dann die Behandlung. Die Aufklärungsproblematik wird sich wahrscheinlich nicht als relevant einstufen lassen, weil man durchaus in der Situation auch den Geburtsversuch unternehmen kann. Aber wie man vielleicht jovial formulieren könnte, dann muss man aufpassen wie ein Haftlmacher, weil die Ausgangssituation schon wahrscheinlich Probleme oder zumindest das Risiko von Problemen beinhaltet. Und der Behandlungsfehler, der ganz krasse und ganz klare Behandlungsfehler ist die Fehlinterpretation des CDGs. Das CDG ist am Anfang unauffällig, ist bereits um die Mittagszeit leicht auffällig. Wehenschreiber ist das Salon. Ja, Wehenschreiber, aber es geht im Wesentlichen um die kindliche Herzfrequenz. Die Wehen werden nur geschrieben um eine Korrelation zum Zeitpunkt der Wehe, sind nämlich die Veränderungen der Herzfrequenz typisch für bestimmte Dinge. Und ungefähr um 17 Uhr ist das CDG eindeutig pathologisch und um 20 Uhr natürlich katastrophal pathologisch, sodass es vollkommen unverständlich ist. Und da teile ich auch die Diktion des deutschen Gutaktes. Es ist schlicht unverständlich, dass man um 20 Uhr nicht die Reißleine gezogen hat und einen Kaiserschnitt gemacht hat. Aus meiner Sicht hätte man das schon um 17 Uhr machen müssen. Oder man schaut sich an, ob es noch eine andere Erklärung gibt für dieses auffällige CDG. Und das ist ja ganz offensichtlich aufgefallen dem Personal, weil sie einen Wegversuch gemacht haben. Weil eine Möglichkeit, dass ein CDG etwas eingeschränkt ist, wo also die Variabilität sehr gering ist, ist, dass das Kind schlaft. Das ist zwar unter der Geburt nicht sehr wahrscheinlich, aber es ist grundsätzlich vorstellbar. Das ist auch gemacht worden. Sie haben einen Wegversuch gemacht. Es hat sich nur nach dem Wegversuch quasi das CDG nicht geändert. Also ist die ganze Vorgangsweise in sich selber nicht schlüssig. Zuerst ist etwas aufgefallen, dann hat man versucht, das zu klären. Es ist nicht geklärt worden und man hat weiter zugeschaut. Wie reagiert der Gutachter, der für die Patientenanwaltschaft tätig geworden ist und dieses quasi positive Gutachten fürs Spital geschrieben hat, auf solche Kritik? Ja, der Gutachter war terminlich verhindert, konnte nicht zu uns ins Studio kommen. Aber er hat mir noch einmal in einer sehr ausführlichen E-Mail seine Sicht der Dinge dargelegt. Und ich habe mir da zwei Zitate herausgenommen. Er schreibt, Gutachter würden ein CDG pathologischer beurteilen, wenn sie wissen, dass es schlecht ausgegangen ist. Und er verweist dabei auf Studien. Und das Zweite, was er schreibt, ist, es gebe aktuelle Stellungnahmen zum CDG aus dem angloamerikanischen Raum, die die Wertigkeit des CDG weiter herabstufen und nur bei eindeutig pathologischen Mustern einen Zusammenhang zur kindlichen Schädigung ableiten. Und er bleibt dabei, sein Gutachten war korrekt? Er bleibt dabei. Prinzipiell meint er, kein Behandlungsfehler im LKA in Feldkirch? Das meint er. Er schreibt nur, was passiert wäre, wäre für ihn ein klassischer Fall für eine verschuldungsunabhängige finanzielle Unterstützung? Da fragen wir kurz den Herrn Dr. Vogel. Das ist für Sie zu wenig. Ja, die finanzielle Unterstützung aus dem Fonds, die sind 5.000 bis 6.000, 10.000 Euro, wenn es hochkommt. Und worum geht es in der Geschichte, wenn man alles hochrechnet? Ja, also wird natürlich auch von der Lebenserwartung des kleinen Vincent abhängen. Aber wir hatten schon einen Fall, also 5, 6, 7 Millionen Euro kann das für ein Leben lang anschauen. Verdienstentgang, Pflegekosten, Betreuungskosten und so weiter. Man muss ja bedenken, der kleine Vincent ist in der Pflegestufe 7. Das ist die höchste Pflegestufe, die wir kennen. In der Pflegestufe 7 kann man die Hände nicht bewegen. Ist man blind? Ist man taub? Ist man im Rollstuhl? Das wird eher, so wie es jetzt ausschaut, wenn es keine signifikante Verbesserung gibt, wahrscheinlich sein Leben bleiben. Man muss vielleicht sagen, dass das Argument, dass man den CTG ex post und ex ante vielleicht unterschiedlich beurteilt, nicht ganz falsch ist. Also ex post, danach und davor. Und es geht natürlich um die Beurteilung ex ante. Ich muss jetzt ein CTG sehen und muss mir anschauen, was ich daraus für Überlegungen ableite. Man muss das CTG auch immer mit der gesamtklinischen Situation sehen. Und hier habe ich eine gesamtklinische Situation, die an sich schon für die vaginale Geburt ungünstig ist. Wenn ich jetzt eine grundsätzlich ungünstige Situation habe, ein auffälliges und ich behaupte hochpathologisches CTG, dann kann ich einfach nicht weiter zuwarten. Ich kann Mikroblutgasanalysen machen. Ich muss mit der Frau sprechen und muss sagen, passen Sie auf, am Anfang war es ungünstig, jetzt ist es aber wirklich schwer ungünstig. Wollen Sie das wirklich durchziehen? Und jede vernünftige Frau hätte gesagt, nein, Sie müssen verstehen, am Anfang wollte ich eine vaginale Geburt, aber jetzt, wo ich sehe, dass das nicht geht, bitte um Gottes Willen machen Sie sofort den Kaiserschnitt. Und einen Satz möchte ich noch sagen, dieses CTG ist so pathologisch, dass die Frage, ob ich das Ex-Post oder Ex-Ante beurteile, irrelevant ist. Das ist Ex-Ante, ein hochpathologisches CTG, das mit außerordentlich großer Wahrscheinlichkeit auf einen Sauerstoffmangel hinzieht. Und das kann ich mir einfach nicht stundenlang anschauen. Frau Schatzmann, das, was der Professor Hustlein uns da erklärt, würde natürlich sehr stark Ihren Standpunkt, Ihren Rechtsstandpunkt stützen. Aber die Frage noch, es hat nie eine Situation gegeben, wo irgendwer zu Ihnen gesagt hat, es ist jetzt möglicherweise kritisch, es könnte dramatisch werden. Wollen Sie das wirklich durchziehen? Nein, nein. Wenn irgendjemand erwähnt hätte, jetzt wird es kritisch, dann hätte ich gesagt, bitte fahrt mich sofort runter und nicht in einer Minute. Ich möchte noch etwas sagen. Ich war nicht dabei und ich habe auch nur das Pathogramm gesehen. In dem Pathogramm wird zwar meiner Ansicht nach etwas zu spät. Was ist ein Pathogramm? Dieser Geburtsbericht. Der computerisierte Geburtsbericht spricht, meiner Ansicht nach etwas zu spät von auffälligem CTG. Aber letztlich spricht er von auffälligem CTG. Und ich habe den Eindruck der Dokumentation folgend, dass das zwar beobachtet wurde, aber keine ärztliche Konsequenz daraus gezogen wurde. Mein Eindruck ist, dass da niemand hergekommen ist, sich das ganze CTG von der ganzen Geburt angeschaut hat, die Gesamtsituation betrachtet hat und mit der Frau Schatzmann besprochen hat, was notwendig gewesen wäre. Jetzt kann ich nicht beurteilen, ob dort so ein Personalmangel herrscht, dass keine Ärztin oder kein Arzt zur Verfügung gestanden ist, was natürlich ein Organisationsverschulden des Spitals wäre, aber was eine Erklärung wäre. Weil ich kann mir einfach nicht erklären, wie man sich dieses CTG über Stunden anschaut. Wer muss jetzt was beweisen? Wie geht es jetzt weiter, wenn man sich nicht außergerichtlich einigen kann? Das wird für mich kein gerichtlicher... Also eine außergerichtliche Einigung schließe ich aus. Da ist eine Haftpflichtversicherung dahinter. Die hat nur so lapidar zurückgeschrieben, der Patientenanwalt hat nichts fällig gestellt und es ist nicht fällig und laufend. Das waren halt die üblichen Einwendungen. Das geht sogar so weit, dass der Beklagtenanwalt, obwohl die Klage vor drei Jahren, ab der Geburt eingebracht wurde, auch noch Verjährung einwendet. Das bedeutet wieder, bei Gericht und auf hoher See... Also ein formales Argument, um es für die Zuschauer zu erklären, wir brauchen inhaltlich gar nicht streiten, ihr habt viel zu spät die Klage eingebracht, da würden Sie sagen, das kann gar nicht sein. weil wir die Klage zwei Monate vor Ablauf der Verjährung eingebracht haben. Ich stelle mich darauf ein, dass hier von der Versicherung, wie üblich, bis zur letzten Patrone gekämpft wird. Es wird ein Gutachter wahrscheinlich bestellt werden vom Gericht. Klage und Klagebeantragung gibt es schon. Ja, und ich werde schon schauen, dass da kein Gutachter aus Westösterreich kommt, weil man möchte da schon in seine Kerbe schlagen. Gutachten über Ärzte und über Dinge, die ihnen selber auch passieren können. Und da kann man unter Umständen etwas großzügiger sein. Aber hier war es ja wirklich so, da ist das CTG seit mehreren Stunden pathologisch zum Schluss hochpathologisch. Und man tut nichts. Und der deutsche Gutachter schreibt auch, es hätte spätestens um 17 Uhr, aber auf jeden Fall um 20 Uhr, ein Behandlungskonzept erfolgen müssen. Und wenn etwas hochriskant ist und pathologisch ist, dann muss man etwas tun und nicht nur sagen, jetzt warten wir. Und der Gutachter schreibt auch, Time saves brain. Je schneller man die Geburt eingeleitet hätte, desto größer die Wahrscheinlichkeit, Herr Dr., um das Juristische vielleicht noch abzuhandeln, Klage gibt es, Klagebeantwortung gibt es. Jetzt wird das Gericht einen Gutachter bestellen, der sich in dieser Materie auskennt. Der wird ein Gutachten schreiben. Dieses Gutachten wird dann für den weiteren Verlauf das letztlich entscheidende oder sehr maßgebliche Gutachten sein. Und wenn wir jetzt dem Professor Husslein zuhören, dann ist, glaube ich, mit dem Gutachten, das die Patientenanwaltschaft in Auftrag gegeben hat, die Sache noch nicht abschließend geklärt. Dann, ja, dann ist es so, der oberste Gerichtshof hat eine Entscheidung gefällt, die ist etwas in Juristen-Deutsch abgefasst, die kann man so übersetzen. Wenn um 17 Uhr, um 20 Uhr etwas getan hätte werden müssen, der Kaiserschnitt eingeleitet hätte werden müssen und dass die Folgen etwas reduziert hätte, die schädlichen Folgen, dann müssen die Ärzte schon beweisen, dass trotz eingeleitetem Kaiserschnitt um 17 Uhr die Folgen genau gleich gewesen wären. Das können Sie natürlich nie beweisen. Die Medizin ist keine exakte Wissenschaft. Dann hätte man den Prozess gewonnen. Herr Professor. Ich muss vorsichtig sein, wenn ich jetzt juristisch argumentiere. Aber ich mache viele Gutachten und mir macht die Juristerei auch Spaß. Man kann sogar noch etwas anderes ins Treffen führen. Der oberste Gerichtshof hat auch gesagt, wenn das Risiko bei einer Geburt über das Risiko der normalen Geburt hinweg geht, ist der Arzt oder die Betreuerin der Einrichtung verpflichtet, diese Situation der betroffenen Frau auszudiskutieren. Und wenn sie das nicht macht, dann hat die Frau in Wirklichkeit nicht zugestimmt dem weiteren vaginalen Geburtsversuch. Und dann haftet das Spital, ganz egal, ob ein Behandlungsfehler gemacht wurde oder nicht, weil ein ganz entscheidender Aufklärungsmangel stattgefunden hat. Und wir haben ja jetzt gerade gehört, es hat zu keiner Zeit irgendjemand mit der betroffenen Frau gesprochen. Und dass hier ein höheres Risiko als bei der normalen Geburt vorgelegen hat, das kann überhaupt niemand, das kann kein Gutachter feststellen. Das heißt, das ist auf jeden Fall gegeben. Das heißt, Ihr Rettungsanker, wenn Sie den Behandlungsfehler nicht nachweisen können, ist der Aufklärungsmangel auf der Basis des erhöhten Risikos. Wir machen natürlich Organisationsverschulden, Aufklärungsverschulden auch geltend. Und auch bringen wir vor, dass unter Umständen die Ärzte sich der Fortbildungsverpflichtung, die sie haben, nicht unterzogen haben. Also Sie haben alle Eventualität in der Klage. Wir haben alles vorgebracht, was vorzubringen ist und hoffen halt, dass einer dieser klagsanspruchs erhebenden Tatsachen durchgeht. Frau Schatzmann, Sie haben es jetzt gehört. Wie geht es mit dem Vincent weiter? Welche Optionen bestehen da? Ja, welche Zukunftschancen sehen Sie da? Für den Vincent machen wir alles, was wir können. Wir machen den ganzen Tag Therapien, schauen wir, dass wir seine Sensorik, seine ganzen Reize, den ganzen Tag fördern können und zusätzlich das einfach in so ein normales Leben wie möglich führen kann. Er wird überall integriert, er ist überall dabei und wird halt durch mich den ganzen Tag gefördert, wie es irgendwie geht. Kindergarten und diese Dinge sind möglich für den Vincent? Kindergarten ist meines Erachtens nach immer möglich mit Integrationshilfe. Meiner Ansicht nach möchte ich die Zügel da jetzt selber in der Hand halten, weil ich einfach denke, 1 zu 1 Betreuung ist für alle besser in diesem Fall jetzt die nächste Zeit, als wie unter einen Haufen Kinder mit Integrationshilfe. Also wir haben das Glück, wir haben sehr viele gesunde, liebe Kinder um uns herum. Da ist er mittendrin und den Rest, die Zeit, die ich mit ihm habe, versuche ich ihn wirklich gezielt zu fördern. Gut, dann muss ich die Diskussion aus zeitlichen Gründen an dieser Stelle beschließen. Herr Professor Huslein, abschließend vielleicht noch die Frage, weil der Herr Dr. Vogel das so betont hat, man möchte einen Gutachter aus einer möglichst anderen Region von Österreich haben, vielleicht einen ausländischen Gutachter. Ist das immer gescheit zu schauen, dass man das trennt regional? Österreich ist ein kleines Land und jeder Gutachter kennt jeden Behandler. Es gibt Gutachter, die auffallend häufig Dinge als schicksalhaft einstufen und es gibt Gutachter, die sich bemühen, kritisch zu sein. Und der Herr Dr. Vogel, glaube ich, weiß genug über die Gutachter, um hier eine kreise Entscheidung zu treffen. Und wenn er das nicht weiß, dann kann er mich einmal anrufen. Gerne, ich gebe ihm meine Meinung dazu. Gut, dann werden wir abwarten, was da weiter im Prozessverlauf passiert. Frau Schatzmann, ja, Ihnen und dem Wincent wünschen wir viel Kraft und hoffen, dass bestmöglich noch alles rausgeholt werden kann, was an Entwicklungsmöglichkeiten besteht. Bitte halten Sie uns und Herr Dr. Vogel auf dem Laufenden. Und bei Ihnen, Herr Professor Huslein, bedanken wir uns für Ihre Expertise. Wir bleiben an der Sache weiter dran. Vielen Dank. Danke fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Nächste Woche in Bürgeranwalt. Ein Patient aus Niederösterreich wird von zwei Blaulichtorganisationen nicht nach Wien ins AKH transportiert. Der Patient muss letztendlich mit dem Taxi ins Spital fahren. Es war alles geschwollen. Es war schwarz, es war blut. Ich habe geblutet raus und wollte einfach nur mal ins Krankenhaus. Das war schwarz, es war schwarz. In der Nähe von Niederösterreich ist es schon mal ins Krankenhaus. Ich habe geblutet dies.